Hallo GTA Crew, HDR1. Das ist Nima Moser. Ich bin Robert. Wie ist das im Schwulenclub? Darum habe ich leider noch nicht gefunden. Nima, was hast du da vor? Es wurde heute gesagt, ich sehe aus wie Amanda... wie heißt sie? Amanda Cox? Amanda Lepore. Lepore? Lepore kenne ich mich. Aber ich sehe aus wie ein Clown, finde ich. Jetzt haben wir Licht ausgemacht. Ihr Schweine! Zumindest jetzt bei You of Two. Die Party ist... Okay. Wir sind da. Wir sind da. Und betrunken. Wir wünschen euch viel Spaß und ich baller euch morgen alle ab. Nima, sag mal nochmal was. Headshot. Headshot, nochmal. Robert kann nur Headshots. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Also eher Shot als Head. Macht's gut, ihr Süßen. Mua. HDR1. Beste Kuh ever. Ha!